Hallo Leute, was geht? Ich bin Zwölzer von 946.de und heute machen wir Bruno Banani Boxershawks für euch am Start und fangen wir auch direkt an. Also, wenn ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickt, kommt ihr zu diesem Artikel. Und zwar ist dieser Artikel in der Box, also wenn ihr euch den bestellen könnt ihr, so eine Box. Und in dieser Box sind zwei Boxershawks, einmal in Schwarz und einmal in Rot, dann fangen wir an die Schwarz sozusagen. Die sehen nämlich identisch aus der Artikel. Ihr könnt mal ein bisschen näher ran, dann seht ihr das. Vorne steht Bruno Banani einmal drauf, das München ist so schwarz-weiß kariert. Und ja, zum Material. Wir haben 95% Baumwolle und 5% Polyester, was ein perfektes Smash-Verhältnis ist. Ich glaube, das macht jeder Boxershaw-Hersteller so. Es fühlt sich angenehm anzutragen, dann fühlt sich aber nicht eingeengter, dass Polyester einem dann doch noch ein bisschen Bewegungsspielraum gibt. Und ja, On-Body-Aufnahmen gibt es natürlich nicht, aber ich glaube, ihr wisst, wie die aussehen. Wenn ihr unbedingt welche haben wollt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Spaß beiseite. Gute Boxershawks, ein sehr guter Preis. Ich glaube, 18 Euro und ihr kriegt 2 Minuten Banani-Boxershawks. Checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab, wenn ihr Bock darauf habt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ich sage schon, Matschau. Bis dahin.